Jetzt gehen wir dazu über, weil Nassar auch bald, ähm, ich wusste gar nicht, dass du heute schon zurückfliegst, fahren muss, ähm, nehmen wir die Produzenten, ähm, nochmal ein Stück weit zurück und gehen in die nochmalige Vorstellung dessen, was wir über das Jahr an Gewinnern über die Vorrunden reingeholt haben in den Kategorien und spielen euch das vor. Und ihr könnt zu jedem Einzelnen, äh, der Künstler, ähm, etwas sagen, beziehungsweise vielleicht sogar Partei ergreifen, äh, und dazu eine Aussage treffen, damit das als Promo für die Künstler am Ende des Tages dann auch taugt. So ein Stück weit, ich wünsche mir, dass X ins Halbfinale kommt, weil... Und jetzt stehst du deine Nummer ein. Ach, von den Leuten, die ich schon gewonnen habe. ...ins Finale kommt, weil... Okay. Sorry. Ah, jetzt verstehe ich. Also, Vorrunde Stuttgart. Sind das die Songs, das sind die Songs, die die einmal gemacht haben, schon nachdem sie gewonnen haben, ne? Die haben sie, äh, aufgenommen, nachdem sie gewonnen haben. Okay, okay, die haben schon fast alle gesehen, ja? Die Vorrunde. Wer hat die Kapazität? Der Mix aus Brutalität und Genialität. Dieser Junge aus Sicily, Till Infinity, nie High Society. Split, wenn ich Druck habe, Fame-Status und hatte Schublade. Doch ich juck mich nicht, pump den Sound, wenn es dunkel ist, Bro. Ich hab gewartet, auf das ihr und ich startet. Ich setz mich auf die Karte, die Gruppada ist geladen. Flatello, bitte warte. Gott kam mir eine Gabe. Sie reden auf der Straße und jetzt schauen sie, was ich sage. Ey, eine Frage. Also, das ist das Lied, was mit euch aufgenommen hat, ne? Ja. Und dann fragst du, was wir hier suchen, Diggi. Oh, das ist geschniffen. So. Guck mal, du hast den Typen vielleicht... Du warst in Stuttgart nicht dabei. Der war Manu und ich. Der war... Du warst auch dabei. Der war schon in Stuttgart unser Favorit. Ja. Weil er mit Abstand einfach der beste Rapper war und auch heute, meiner Meinung nach, was wir gesehen haben. Mir gefällt jetzt der Song generell nicht. Ich find den ein bisschen langweilig und ich würd nie zu so einem Song auch ne Video-Auskopplung machen. Aber bei dem Jungen, weil du es selber schon sagst, geschliffen und sonstiges, bei dem hat man von Anfang an gemerkt, dass der einfach ein fertiger Rapper ist. Und dass es bei ihm nur noch darum geht, vielleicht den Sound zu definieren, mit dem man seine erste Platte rausbringen will, dass sie maßentauglich ist. Fühl ich voll. Und da haben Manu und ich sofort, und auch Aria, glaube ich, gesagt, dass er der beste Rapper in Stuttgart war und deswegen ist er auch weitergekommen. Man muss ein Feature mit Lumara machen irgendwann. Er war safe, der beste MC. So vielleicht komplett die... Ja, das verstehe ich. Ja. Gut, man wird's nicht verstanden. Dann haben wir den Vorrundengewinner aus Köln. Das war es aber nicht du, Rami. Ja. Der Typ, der da stand. Nee. Ja, ich lebe für die Fans. Rede bitte mal nicht so, als ob du mich kennst. Fissa. Weit, weit. Ich bin weit von dir entfernt. Halt auf viele, die versuchen und machen meine nicht ernst. Guck mich an, ich habe Eis am Hals. Man, ich mache keinen Halt. Yeah, Beats werden reingeknallt. Und ich mach dich einfach kalt. Übernahme, Übernahme. Und sie kommt nicht klar. Übernahme, Übernahme. Ab jetzt jeden Tag. Übernahme, Übernahme. Ja, ich gebe Gas. Ich tue Freshnote, das ist meine Lebensart. Was sagt er zu dem jungen JR? Ich finde den ziemlich nice, muss ich sagen. Also teilweise ist es ein bisschen zu... Also teilweise war einfach zu viel. Er wollte dann zeigen, was er kann. Und es wurde ein bisschen zu viel rumgeflexet und so. Aber ich finde grundsätzlich, ehrlich gesagt, hat er mir besser gefallen als du, Para. Muss ich sagen. Aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Ja, ich glaube, wenn man den so ein bisschen an die Hand nimmt und dem sagt, guck mal ein bisschen runter, dann könnte das ganz cool werden. Also berechtigt im Halbfinale, ne? Ja, finde ich schon. Auf jeden Fall. Ja, schon gut. Ich finde auch, sein Song war tighter als der, den er in Köln präsentiert hat. Aber der ist nicht so catch wie der in Köln. Und wenn er das beides vereint, dann Bombe. Gut finde ich auch, dass es ein komplett anderer Stil ist als der von Lupada. Und dann haben wir ja natürlich jetzt noch Berlin. Berlin-Lepreza. Chejo wurde ermittelt als Gewinner auf der Bühne. Zähl, machst mir auf Baba, doch ich will nicht pisser live sein. Chejo Casanova, mir steht die Jacke von Versace. Du seid ihr mit deinem Gold. Chejo will nur Platin. Platin, 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 Platin. Lass mal deine Bahn fahren, sitze Maseretti. Chejo Casanova. Wer hat den live gesehen? Hat er live rasiert? Rasiert. Voll krass. Das merke ich nämlich. Rasiert einfach. Also der Song nimmt mich nicht so mit, weil es mir zu stereotyp ist. Aber wenn ich ihm zugucke, habe ich das Gefühl, live nimmt er wahrscheinlich den Club auseinander. Der Beat ist ein bisschen zu schnell für ihn gewesen. Oder sich da ein bisschen verhasst, aber ansonsten typisch stark. Wenn der jetzt einen anderen Song hätte, wo ein bisschen langsamer ist, aber mit der gleichen Energie. Und der würde jetzt morgen, keine Ahnung, als das neue Bangor-Music-Signing oder wie heißt das andere Label von Farid, wo er den New Kamer hat? Helal-Money. Wie? Helal-Money. Genau, wenn das jetzt morgen ein neues Helal-Money-Signing wäre, würde wahrscheinlich niemand sagen, warum. Ja, ja, stimmt. Er hat mich ein bisschen auch an Karat erinnert. Weißt du, wie ich mein? Also an 18 Karat von Aggressivität. Und bei dem ist mir dann eingefallen, krass, das was wir heute mehrmals gesagt haben. 18 Karat hat auch keine zweite Facette. Der hat original eine Facette und das klappt aber trotzdem für ein, zwei, drei Alben so. Und trotzdem ist es irgendwie feierbar und es funktioniert schon. Also manchmal ist es vielleicht auch Blödsinn, was wir gesagt haben. Und es reicht, wenn du eine Facette richtig geil machst. So bis zum Ende straight durch. Und er wäre so ein Typ, der halt ein Ding durchzieht so und gar nicht so viel Abwechslung braucht, weil das eine, was er macht, schon so beeindruckend ist. Ich finde auch von allen, die wir heute gesehen haben, mit das krasseste Star-Potenzial. Also der hat so eine miese, zerberstende Aura, wie der guckt und wie der performt. Und das, also der hat so eine perverse Energie. Also ich finde es auf jeden Fall krass. Ich finde es wirklich ganz krass. Also den ersten Part fand ich übertrieben. So beim zweiten war es irgendwann zu viel. Wie du auch gesagt hast, da kam er, glaube ich, irgendwann nicht mehr richtig hinterher. Aber der erste Part war, und genau das, was du gesagt hast, obwohl es eigentlich, es hat mir nichts Neues inhaltlich erzählt, aber er hat es wirklich extrem gut rübergebracht. Also wow, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was der, was der macht. Ich finde ihn sehr krass. Ich habe ihn jetzt nicht so, ich fand ihn nicht so gut, ehrlich. Ich so, wow, wow, wow. Das war zu, keine Ahnung, zu aggressiv. Zu stirrund. Zu, aber zu sehr, ja genau, das, was du auch gesagt hast. Zu wenig musikalisch, meiner Meinung nach. Aber weißt du, man darf bei der Sache auch noch eins vergessen. Da reden wir wieder von der aktuellen Zeit. Wenn man das schon für Hip-Hop, ja, zu aggressiv sieht, dann hat man schon lange vergessen, was eigentlich Hip-Hop ist und woher Hip-Hop kommt. Nur weil jetzt jeder plötzlich, jeder scheiß Kanake in einem rosanen Polo-Shirt vor einem Pool tanzt. Aber es ist Tatsache. 100 Prozent. Das ist halt Hip-Hop, das dürfen wir nicht vergessen. Und wahrscheinlich bist du auch ein bisschen jünger, oder vielleicht bist du nicht vorhin. 24. 24, du kommst aus einer anderen Zeit jetzt wahrscheinlich. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, ich habe das auch gemerkt. Heutzutage, wenn Rapper kommen, die sehr aggressiv sind, weil sie einfach diese Aura haben oder sehr aggressiv gucken, aber vielleicht gar nicht so dann den Song machen, dann ist das für die neue Generation schon ein bisschen ablehnend, weil es ihnen zu hart und zu, warum nicht zu böse, so wie du ganz am Anfang heute schon mal gesagt hast. Deswegen wollte ich auch nichts sagen. Wir haben vergessen, woher das Ganze eigentlich gekommen ist. Doch, steht's mir dabei. Nur weil jetzt alle rumtanzen auf Flamengo-Beef, weißt du, was ich meine? Weil ich das auch nicht schlecht drehen will. Da darf man nicht vergessen, dass das eigentlich Rap ist, so. Verstehst du? Das ist auch richtig Rap. Aber es ist auch ein bisschen Deutschraprap, für mich ist aggressiv, so. Ja, bravo. Das ist Deutschrap-Ding halt. Was ist hier drauf? Gangst du? Also ich finde, der hat eine Präsenz, der hat Charisma, der hat, also der gibt was her, so vom Bild her. Musikalisch fand ich den jetzt auch nicht so. Das ist das Ding, aber deswegen meine ich. Ja, also auch vom Rap-Technisch gesehen. Wir reden nicht von Rohdiamanten, dass man ausbaut kann. Ich meine, der sieht schon aus wie ein gemachter Künstler, so vom Aussehen alleine. Also wie sein Auftreten im Video, wie der rüberkommt. Musikalisch müsste man da noch ein bisschen dran fallen, aber ich glaube, das würde man so oder so. Ich finde, ich feiere auch seine Performance, also seine Rap-Performance. Die Technik, die er verwendet, ist brutal, aber das funktioniert, dieses Gib ihm, Fick ihn und so weiter. Also einfach mal einen Dreher zu machen irgendwie und in eine andere Richtung weiterzugehen und zurückzukommen und wieder nach vorne zu gehen und so weiter. Das ist einfach, wie du sagst, das ist Power, Energie irgendwie. Wie es geht, voll nach vorne und es nimmt dich mit, auch durch die Äußerlichkeit dann. Und ja, das ist der dritte Vorrundensieger aus Berlin und stilistisch schon wieder was ganz anderes als ein JR oder jetzt ein Lupada. Und jetzt kommt OG Locke, den wir ja, du warst nicht da, Aria, du auch nicht, Nazar. Der Name ist schon. Du auch nicht, aber wir ansonsten alle. OG Locke? Nein, du warst in Hamburg auch nicht dabei, genau. Aber der Name ist schon. Ja, das ist cool. Ja, Mann. Okay. Und dann bin ich eigentlich raus. Eigentlich schon abgeschalten. Aber wir haben ein gutes Pferd im Stall, Digi. Aber der, der, das ist, der ist geil. Aber er hat auch nicht gesagt, ich fahr Porsche Panamera, das war das Lustige. Er meinte, heute U-Bahn, morgen sind meine Sitze aus Leder oder so. Das heißt, der Mindset war so nicht dieses typische, ich trag Balenciaga, ich fahr Porsche, sondern ich fahr noch U-Bahn. Aber morgen, das ist cool, das ist sympathisch. Und ich weiß auch, was mich an, also bei dem Vorderen, da war ich nicht ganz so, auch bei dir, weil ich glaube, das ist mir der Funken zu viel Überheblichkeit, den er davor hatte, den ich nicht fühle. Und er ist so, wie er es beschrieben hat, so dreckig, so, aber im Prinzip ähnliche Attitude. Bisschen frecher noch. Milo, was sagst du zu OG Locke? Wir haben ein gutes Pferd im Stall. Wenn ich jetzt eh gehört über OG Locke, wäre ich vorhin genommen. Warum? Ich sehe mich selber sozusagen als Paten von OG Locke, weil ich und Manuelsen haben uns sehr viel hineingesetzt als Sieger. Wir waren ja an dieser... Ah, verstehe, verstehe. Also Manuelsen und ich, Entschuldigung. Und für mich ist er einfach ein komplettes Produkt, was sich mit seinem zweiten Video mir gegenüber auch wieder bewiesen hat. Und da geht es wirklich um, wie läuft er live, auch wenn er mal eine Story macht mit seinen Freunden und hoch und runter springt, Digga, werden diese Lieder funktionieren. So, weißt du, was ich meine? Und wir müssen ja in diese Richtung denken. Genauso wie du heutzutage daran denken musst, du bringst dein Album am Anfang des Monats, damit die Kids mehr Datenvolumen haben. Ist ja leider so. Aber OG Locke ist der King. Was? Für mich. Was sagst du? Super, fand ich super. Bombe. Der kann rappen so, der hat, ich weiß nicht, du hast es glaube ich gesagt, der hat verstanden, was er für einen Song machen muss hier oder du. So, der hat Chapter One ein paar Mal erwähnt, das heißt, er hat Bezug dazu, er ist nicht einfach kopflos ins Studio gegangen. Er hat Bock so und wie gesagt, ich fand es auch sympathisch, wie er gerappt hat, er ist so ein kleiner Fuchs, so ein kleiner Räuber so, aber trotzdem nicht dieser unsympathische Dribbler, wo du sagst, boah, schon wieder so eine Kakerlake, sondern einfach so ein sympathischer Dude, mit dem du, im Film wäre das so der Bösewicht, auf dessen Seite du aber trotzdem bist. So, naja, hoffentlich gewinnt er. Den du auch mal nach Hause fährst. Gut, die Jungs gehen jetzt also ins Battle sozusagen mit denen, die wir heute ausgesucht haben. Wie viele gewinnen bei den Voting? Hä? Wie viele kommen denn durch ins Finale? Das muss auch nicht los, ne? Äh, ins Finale kommen fünf MCs, drei Crews und drei Produzenten, vier Produzenten. Also ey, sag mal, wem wünschst du dir, der gewinnt denn? Dann haben wir sie noch durch. Darf ich anfangen? Ich wünsche mir, dass OG Locke gewinnt, weil er für mich der kompletteste Künstler ist. Dankeschön. Alright. Ich bin dabei. Punkt. Genau das Gleiche. Alright. Von allen oder jetzt nur von den Vieren? Nee, von allen. Nee, nee, nee. Eigentlich von allen? Ja, von allen. Von allen reden wir. OG Locke. OG Locke. Achso, ich möchte auch, dass Malcha auf jeden Fall gute Chancen haben. Aber Malcha ist auf jeden Fall auch unter... Malcha und OG Locke sind meine Fan. Unter Ray Moura, das wollen wir mal rappen. Nee. Ja, der sinkt halt noch zu viel vielleicht. Ja, also ich hoffe, Ray Moura gewinnt. Muss man natürlich gucken, was die... Was die Leute als nächstes machen. Aber Ray Moura war für mich mit OG Locke zusammen das beste Gesamtprodukt am Ende des Tages. Ich bin gut, dass die Leute das im Internet... Also Leute, das sind aber nur Einschätzungen der Jury. Es kommt jetzt darauf an, dass ihr eure Fans mobilisiert und daran arbeitet, dass das Online-Voting gut für euch läuft. Es liegt in eurer Hand. Jetzt kommen wir zu den Crews, die die Vorrufen gewonnen haben. Ich muss mich nur kurz verabschieden. Musst du jetzt schon gehen? Schade, verpasst du was. Das hat mich sehr gefreut. Bis nächstes Jahr hoffentlich. Auf jeden Fall. Du bist herzlich willkommen. Okay. Kommen wir zu den Crew-Gewinnern der Vorrunden in Stuttgart, Köln, Berlin und Hamburg. Fangen mit Stuttgart an. Dort haben Michael und Iggy unter den Crews gewonnen und den Song Fühl ich Digga aufgenommen hier in Berlin. Und das ist das Video dazu. Du streitet über Reimcamp. Ist mir ganz egal, weil ich im Endeffekt den Vibe catche. Diese Scheiße hier hat gar nichts mehr mit Glück zu tun. All in bedeutet mit dem letzten Cent das Frühstück holen. Und die letzten Cent teile ich mit den Brüdern. Denn all in bedeutet nichts, wird mehr so wie früher. Ego gezügelt. Ich verspüre deinen Geltungsdrang. Bevor ich judge, fange ich erstmal bei mir selber an. Yeah. Das sind Blicke über den Tellerrand. Montag bis Freitag muss ich trotzdem als Lerner ran. Fühl ich Digga auf, erfüllt den Raum. Früher waren wir Broker, aber heute sind wir Sau. Mit dem Unterschied, jetzt leben wir den Traum. Mit dem Nutzer meiner Seite, darauf müssen wir ein Baum. Ich werd die Matrix niemals annähen. Spar dir deine Message, Digga, ich kann deinen Verstand lesen. Abgefuckte Zombies, die permanent in Angst leben. Und bei menschlichem Kontakt fremd und verkrampft wirken. Montag bis Freitag versinke ich in Stahlkappen. Ifa, kurz start from scratch, ich würd's nochmal machen. Und nenn es Karma, ist nicht so, dass wir ne Wahl haben. Dein Leben, deine Arbeit, Digga, so viel zu den Tatsachen. Die haben in Stuttgart gewonnen, ne? Genau. Die waren mit weitem Abstand der beste Actor in Stuttgart, finde ich. Also so, der kompletteste. Ich glaube, die haben immer einen ganz anderen Style gefahren. Deswegen hatte ich damals, glaube ich, einen anderen Produzenten ausgewählt. Also hätte ich weitergelassen. Weil die hatten mehr so einen Oldschool-Vibe. Für die ist es ein bisschen schwierig jetzt. Also nicht schwierig, die haben einen super Job gemacht auf dem Song. Aber die konnten nicht volles Potenzial entfalten auf dem Beat. Was auch nicht an Slice liegt, weil der macht auch Bomben-Sachen. Aber das ist ja die Challenge. Ja, ja, klar. Aber dem einen spielst du halt mehr in die Karten, dem anderen... Dem anderen weniger. Du stellst ne Herausforderung. Für die war es mehr ne Herausforderung. Aber ich find trotzdem, die haben einen super Job gemacht. Ich fand die Stimme vom Ersten sehr nice. Hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Wenn ich was kritisieren dürfte... Also normalerweise bin ich eigentlich voll Fan davon, dass alle sich freifühlen sollen und tanzen sollen, wie sie wollen. Aber die Dance-Moves sind noch ausbaufähig. Hamburger Jungs übrigens. Ja, ich find das... Rund. Aber es hat mich nicht... Es gibt noch nichts, wo... Also es hat keine Kante oder irgendwas anderes, wo ich mich mitgenommen gefühlt habe gerade. Ich hab sehr... Es war sehr souverän durchgespielt. Jetzt der Vergleich wieder. Aber bei Locke, da bin ich einfach dabei, weil der Charactermäßig vielleicht auch individueller ist. Die sind dann im Zweifel... Ist auf den ersten Blick für mich so ein bisschen austauschbarer, als es dann so ein OJ-O. Das war der Song. Die kamen jetzt in so ne Sound-Welt, wo die gar nicht angesiedelt sind. War ein bisschen schwierig. War keiner sonst in Stuttgart da, ne? Außer du jetzt. Die waren richtig gut. Deren erster Song war besser als der. Und das heißt schon was. Das ist krass. Das hatte ich auch so. Heute ein, zwei Mal das Gefühl, Leute, die ich schon vorher kannte, wie gesagt, bei diesen Doppelteams und so, dass dann videomäßig ganz was anderes bei rausgekommen ist, was ich mir erhofft hab, durch das, was ich da gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Also ich hab die live gesehen, dachte mir, boah, die reißen richtig ab. Und dann hab ich ein Video von denen gesehen, dachte mir, boah, so. Aber damit haben die ja nicht performance. Und das ist bei mehreren der Fall heute, so wie mir aufgefallen ist. Auch wie ich aus den Gesprächen heraushöre. Wie du sagst, die haben in Stuttgart was stärkeres gemacht als hier auf dem Video. Ja, aber der Song war auch besser. Ja, sag ich ja. Also ich meine, der Song und live waren die geiler. Die Auswahl der Song, die Performance, haben uns alles an sich, war knackiger als das Produkt jetzt. Hier hättest du sie nicht gewählt wie da in Stuttgart. Ja, ja, voll. So, ja, das ist ja das, was ich auch fühle und sehe und auch gemerkt habe. Gut. Aber schlecht fand die keiner. Das heißt ja auch schon was, oder? Ja. Ja. Gut, dann kommen jetzt die Jungs aus Köln, die Köln gerockt haben. Schabo und G-Rain. Ich setz dafür mein Leben aufs Spiel. Sie reden zu viel. Besser bleibt es no, 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 no. Sie wollen uns brechen, aber packen es nicht. Sie schaffen es nicht. Deshalb sangen wir no, 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 no. So ein Chavas auf das Single, wir bringen viel zu freshem Sound. Ich komm mies, da leg die Deeds auf diesem Beat und raste aus. Niemand hat geglaubt, dass unseren Krisen wurde staubt. Wird aus mich schießen Wörter raus, die Projektile aus dem Lauf. Wappers, wir kommen nur gehen, besser flieh und halt dein Maul. Mein Lieber, niemand hält mich auf. Ich glaub mir, lieber geh ich drauf. Hör die anderen noch labern, verdammt, ja, niemals schaff ich's raus. Doch ich bin anders und warte ab an, meine Ziele gehen aus. Außer mich und mein Cousin gibt es keine andere Gang. Dicker 2018, wir gehen ans Mic und wir zeigen, was wir meinen, wenn wir schreiben und Deutschrap eben zerteilen. In drei Minuten auf dem Beat, ich rappe nicht, ich schieß. Meine Technik hier auf Beats fließt zu mies, denn ich bin sick, bro. Gib mir einen Jibbet, ich bin ready. Pack mir einen Beat, ich pang ihn und ich kill darauf bei MCs. Köln? Köln. Die sind auch Kölner, ne? Die sind auch Kölner. Ähm, sahen die da auch schon genau gleich aus? Die sind Cousins wie... Ja, ist okay, aber sahen die da auch schon genau gleich, oder? Ja, uniformiert nicht, nee. Nee, aber hier auch so gleicher Bart, gleiche Brille, gleiche Frisur. Jo. Boah, ich weiß nur, der eine hatte so ein bisschen irritiert. Auffällige Bruno Banani-Trainingsjacke, so eine komplett rote, das war sehr auffällig, deswegen weiß ich das noch. Also die waren schon so sehr stylisch unterwegs auch. Kurz, der erste hat mich verloren, der zweite hat mich wieder angeholt. Und dann... Echt, ja? Ja. Dann hat mich auch die Hook gehalten. Die Hook ist Granate auf jeden Fall. Ja, ist geil. Voll, ist ein mieser Orwum. Und auch so, also videomäßig auch schon so, ich sehe schon auch Performing auf der Bühne, weil ich sie ja nicht gesehen habe, kann ich nicht mehr dazu sagen, aber die werden sich dann auch überlegen, wie der eine mal in den Vordergrund geht, an den Hintergrund, und dann die Bühne voll ausfüllen, das Publikum mitnehmen und so. Das ist eine richtige Crew, weißt du was, die werfen sich wirklich die Bälle hin und her, deshalb haben sie auch Köln gewonnen. Die haben Zeit, im Gegensatz zu Rahm und Marlowe, sich mal zu treffen. Ja, ehrlich. Milo hat mit dem Kopf gelegt, Ich bin überrascht über dein Statement ein bisschen. Jetzt kriege ich. Für mich war der erste auf jeden Fall der Stärkere, so. Und der zweite konnte ich dadurch unterscheiden, also eine war ein Tick dünner, eine war ein Tick breiter. Ein bisschen irritierend war es schon, dass sie beide gleich aussehen, aber es kann auch irgendwie zum Hingucker werden. Das hat Vor- und Nachteile. Genau, das sind Vor- und Nachteile. Also ganz, es ist nicht schlimm. Aber dann letzter Satz, so hier so gemeinsam aussehen, ist eher ein Nachteil, gerade als Vorteil. Aber als Crew ist doch eigentlich, Ja, ich hätte es anders verpackt, sag ich so. Ich hätte es anders verpackt. Ja, aber das wäre ich jetzt anders verpackt. Das ist ja keine Biber-Crew, die gleich eine Synchron-Performance macht oder so. Dafür sind die sich musikalisch dann auch zu ähnlich. Also wenn die jetzt komplett unterschiedlich wären, dann kannst du dich auch gleich anziehen, aber ich weiß, was du meinst. Aber die müssen sich ja ähnlich sein. Wie meinst du jetzt? Nee, voll nicht. Die können sich auch ergänzen. Die rappen relativ ähnlich. Ach so, ich habe das falsche Stand. Die bewegen sich ähnlich, die sehen ähnlich aus, die gleiche Brille, die gleiche Spursur. Ja, stimmt. Die gleiche, gleiche Bart. Ja, wenn du die jetzt vergleichst mit den, in Berlin gab es keine Crew, die gewonnen hat. Ach so, krass. Berlin war so aus der Hüfte geschossen, auf schnell Rap-Tags umzusetzen, ist seit Music Days einzutüten, Bühne zu organisieren innerhalb kürzester Zeit und auch innerhalb kürzester Zeit einen Aufruf machen. Hat trotzdem einen super Vorlauf, eine super Resonanz und die Bühne voll, auch mit Acts, die so auf One-Design sind. Und dann habt ihr keine Crews gemacht, oder? Da war breite Seitenbande war da. Aber die, ähm... Haben es nicht geschafft. Die kommen, die kommen, ja, die haben es nicht beworben, die habe ich eingeladen, damit sie auftreten. Also wir haben ja in Berlin, haben wir im Rahmen der East-Zeit Pro Music Days auf schnell, mit sehr kurzem Vorlauf, eine Rap-Tags-Bühne kommuniziert, aufgebaut und eine super Resonanz bekommen. J. Joe war der Gewinner unter den MCs und wir haben natürlich auch, obwohl es eigentlich nicht geplant war, wir wollten eigentlich nur einen Gewinner auf der Bühne, aufgrund der Kurzfristigkeit. Wir hatten auch nicht mit dem, mit der Menge an Songs gerechnet, die kommen, und dann mussten wir aber doch noch eine Crew quasi zum Gewinner küren, weil die Jungs uns einfach live auf der Bühne sehr überzeugt haben. Also die geneigte, anwesende Jury. Die Jungs heißen Gallius und Mecklin. Aus Berlin, ja? Ne, die kommen aus Wolfsburg, sind die angereist. Ja, wir waren auch mit Ihnen im Studio und Sie haben Game Boy Color auf die. Game Boy Color. Ich bin derbe Fan von diesen Typen, ich bin derbe Fan von diesen Typen, die so Weg auf sich nehmen und an sowas teilzunehmen. Indica intensiv, zu viel Mini-Mees in Skinny-Jeans. Libido auf dem Methiclo, das ist nicht mein Sohn, bin die Jeans. Rauchen mein Brokkoli, schwebt wie ein Kolibri, es läuft Misery, loves company, ich summe mit wie ein Bumblebee. Sie vergessen, wo sie herkommen, geht es um Dollar. Sie sagen, dass sie gönnen, doch kann sehen, wie sie sabbern. Mit Chalna tobt mich Baba. Classic Shit wie Game Boy Color. Die Ho will Sex von den Philippinen, ich bin Broke, AF wie Wikileaks, ich will Kalkain, Sex und Pili-Dean, Hits deiner Robeman, Jack und Billie Jean, willkommen den Pulitzerpreis und mein Durax-Verschleiß, du bist du zum Duschen im Fußballverein, schmeiß den Zähn an die Jukebox, da reinspiel, Big in Jump Payment, hat der Boombox dabei, Goddamn! Hol dir deine tägliche Dosis, du bist am Scheitern, von zählender Fokus, grünen Zahlen auf dem Kopf, unerträglicher Bumus. Richtig stark. Wow, also ich habe meine Favoriten-Crew auf jeden Fall jetzt auch gefunden. Ich warte auf die Gewinner aus Hamburg, aber richtig stark. Ich bin gespannt auf die Gewinner aus Hamburg. Das Video ist auch von den Videos jetzt das geilste gewesen. Haben beide eine geile... Das war ein fettiges Produkt. Auch die waren halt beide auch mal auf dem gleichen Level. Rook war überkrass, beide voll sympathisch. Die gehen live bestimmt auch gut ab. Super. Nehmen sich auch nicht ganz so ernst. Ich glaube, die können auch so ein bisschen... Die sind auch gut in Interviews, die sind bestimmt mega lustig und sympathisch. Der mit dem Zopf, die anderen haben auch zwei Zöpfe, die jetzt kommen. Ernst, was ich meine, Digger? Wo ist das Video gedreht worden? Wo ist das Video gedreht worden? In Berlin. Richtig stark. Stille, ich hätte das auch in Wolfsburg gesagt. Man hat gemerkt, dass wir auf dem Autoplatz waren. Das heißt, ist egal, aber es ist... Aber insofern war die Idee mit dem Bus ja auch ganz geil. Das Produkt macht es weg und die Performance von den Beinen macht es weg. So kranke... Obwohl die Hook schon hart darauf... Von der Wolfsburg, ne? Warum jetzt Game Boy Color? Und das war alles so darauf hingearbeitet, dass er mir in das Wort Game Boy Color passt. Geiles Lied. Nicht classic wie Biggie. Boahwurm. Gute Performance auf jeden Fall. Also ich sag mal, viereinhalb Sternchen hätte ich da schon... Oh! Oh! Ja. Sorry, Leute. Mic drop. Ja. On to the next one. Dann kommen wir jetzt zur Vorrunde in Hamburg. Da sind 90K und Abyss von Berlin aus rübergefahren. Aber nicht von dem Gewinner produziert, ne? Das wurde nicht vom Gewinner produziert, sondern von dem Produzenten habe ich zugelassen, der aus ihrer Hood kommt. Miles Bies nennt sich, der auch wirklich ein Brett gebaut hat. Bös! 90K und Abyss hatten sich auch schon für Berlin beworben. Und in Berlin haben sie es nicht geschafft. Gegen Galius Mecklin war es auch schwer. Ach echt, ja? Ja. Krass! Die waren auch in Berlin? Die waren auch in Berlin auf der Bühne. Aber da sind sie uns schon aufgefallen. Zum Glück haben sie sich auf jeden Fall nochmal beworben. Waren die in Berlin auch so stark wie in Hamburg? In Hamburg haben sie noch einen draufgesetzt. Ich glaube, absolut. So. Und haben jetzt ein richtiges Brett abgeliefert, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Büss, büss! Ja. Mein Viertel, mein Viertel, mein Viertel, mein Viertel Verwähler! Viertel Verwähler! Mein Viertel ist da, sag, wo sind die Gänger? Wo sind die Gänger? Jeder hier weiß es, der Blog gehört uns jetzt. Neh, manch alles! Kalea, Kalea, wir brechen die Runde! Bo, 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 bo! Immer noch Berlin, immer noch Mentalität! Mentalität! Immer noch reizbar, fick deine Autorität! Was sagt er zu den Jungs? Also ich muss sagen, ich finde die ganz cool. Eigentlich, also ich fand die in Hamburg, fand ich die auch, haben die auf jeden Fall abgerissen. Aber jetzt so durch das Video und durch den Song ein bisschen zu sehr Ähnlichkeiten mit Ufo teilweise. Also sogar dieses von 0 auf 100 hin, das ist schon 1 zu 1 übernommen. Für die Gang? Für die Gang. Ja, von 0 auf 100 hin, das ist ein paar Mal. Aber vielleicht müssen sie davon ein bisschen wegkommen. Darf ich was sagen kurz? Sag mal. Du hast schon in den letzten zwei Runden schon nicht immer so aufgetragen. Ich fand die davor auf jeden Fall besser. Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann sind die da gar nicht. Alle davor oder die direkt. Also die Crew davor. Ein Video davor. Garlius Maclean. Was stört euch an denen? Ich finde, Beat war gut, Videos auch gut. Ich fand nur, dass der Song nicht so gut strukturiert war. Die haben viel rumgeschrien einfach. Durcheinander so ein bisschen. Das war so ein bisschen, so fühlt sich Berlin für mich an. Ja? Das ist schon richtig Berlin auf jeden Fall. Ich fühle. Ja, Dicker, ganz ehrlich so. Das ist schön dreckig. Vollkommen. Das kommt da aus den Ecken. Das ist aber aus Marzahn, die Jungs. Auf jeden Fall sehr raw, sehr dreckig. Mecklische oder Marzahn, eins von beiden? Nee, nee. Doch, doch. Hohenschönhausen. Hohenschönhausen, Entschuldigung. Auch schön. Aber zum Vergleich, wenn die anderen jetzt nicht da gewesen wären, wären die meine Favorites geworden. Aber wenn man den direkten Vergleich hat zu den anderen, sind die anderen viel. Wobei natürlich hier auch wieder, also jede Crew repräsentiert einen eigenen Stil. Darf ich kurz? Sie sind musikalisch auch woanders verortet. Du darfst jetzt. Entschuldigung. Milo. Ich hoffe, dass die im Voting weiterkommen, fürs Finale gevotet werden. Und ich hoffe, dass sie dann begriffen haben, dass sie mit einem blauen Auge weitergekommen sind und dass sie dann im Finale nochmal richtig abliefern. Ich glaube an die Jungs, die haben in Hamburg eine ganz krasse Performance hingelegt. Ich weiß, dass sie mehr können als das. Es war nicht schlecht, aber um sie mit dem Vorgänger zu vergleichen, deren Pech ist auch, dass sie genau nach dem Video kommen, weißt du, ist es keine Frage. Also der Vorgänger war auf jeden Fall heute stärker, weil ich persönlich voreingenommen bin und die kennen und die gewählt habe, weiß ich, dass da mehr drin ist und hoffe, dass sie weiterkommen und im Finale nochmal abliefern. Ich finde trotzdem, von allen, die wir heute gesehen haben, ist das für mich trotzdem die zwei. Safe, safe. Also ich habe natürlich auch das UFO-Ding gehört, aber ich finde dadurch, dass sie trotzdem an sich auch eigenständig waren, in den Parts und auch teilweise in der Hook, fand ich das okay, dass man vielleicht, also es ist ja auch... Das wurde halt durch das Video auch ein bisschen verstärkt. Das Optische fand ich auch sehr so, aber das spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber irgendwie hat es mich, also ich finde, für mich klang es trotzdem irgendwie alles rund und ich fand auch wirklich, die Hook hat extrem abgerissen und ich finde es echt jetzt nochmal so zum Schluss Crew-mäßig sehr nice, was sich da jetzt hier noch aufgetan hat. Niko ist total überrascht. Niko hat sich das ganze Jahr als Hip-Hop-Magazin nicht mit Berichterstattung über Rap-Tags beschäftigt. Nein, 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 ich will dir kurz was erzählen. Und entdeckt jetzt, was wir so das Jahr über gemacht haben. Ja, sowieso, aber nein. Und ist total überrascht, was wir so angebracht haben. Nein, 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 ich will dir was ganz anderes sagen. Dass es mir gerade auffällt, dass bei den Crews, die wir hier ausgewählt haben, also da es ja dann noch alles so ein bisschen in eine Richtung geht und die alle live offensichtlich auch schon gezeigt haben, was sie können, sehe ich ja im allerersten Driver und Svear irgendwo auf einem Level, dass die überhaupt da mithalten könnten mit denen und mir dann vorstellen, das hast du glaube ich eben auch schon so selber gesagt, wir haben ja auch drüber gesprochen, Charles Junior und Audio-Gain, die werden ja aufgefressen live. So, verstehst du, und dann brauchen wir ja gar nicht davon reden. Hennessy und Kabuli, das ist krass. Das ist krass. Die werden nicht aufgefressen live. Die werden aufgefressen von der Crowd. Die werden von der Crowd aufgefressen. Oh, es kommt ja drauf an, die Crowd ist doch heutzutage alles in deren Alter. Nein. Also alles deren, doch, ihr werdet sehen. Aber wenn die eher so straßenmäßig sind. Das ist komplett wertfrei. Ich will unbedingt Charles Junior und Audio-Gain sehen, aber die sind ja mal so, also 16 Plattenregalmeter von dem entfernt, was hier sonst alles abgeliefert hat. Dicke, das ist im normalen Deutschrap gerade auch der Fall. Ja, aber dann ist ja immer die Frage, was bei Rap-Tags am Ende dann auch gewotet wird. Ich bin gespannt, wenn das Finale kommt. Wofür Rap-Tags steht. Das ist interessant. Und wenn die alle so durchgekommen sind, dann... Bis wann kann man voten? Ich bin gespannt. Dafür steht Rap-Tags. Ich bin auch derbe gespannt. Für Rap in seiner Vielfalt. Klar, 100% gebe ich dir recht. So. Ich bin richtig gespannt, 28. Das finde ich gut. Votet alle. Votet, ich bin mies gespannt. Ich bin gespannt. Der dritte war auch nicht so berorchen. Der dritte war auch nicht so gut. Also in Köln, an dem Tag war ich ja da, war er wirklich der beste. Also es gab auch keinen Vergleich zu den anderen. Die anderen waren auch von den Sounds her so ähnlich wie das, was wir heute gehört haben. Man hat das auch hier gehört. Sein Sound war einfach schon runder. Er wusste schon mehr, was er da macht. Er war fortgeschrittener. Aber ich war natürlich bei den anderen Städten nicht dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob der wirklich, ob es vielleicht noch woanders ist. Der erste ist ein Brett und die anderen beiden verlieren mich. Ich weiß auch noch nicht genau. Auf jeden Fall so soundmäßig. Das klingt live so. Er hat es gut gemischt. Das klingt, knallt auf jeden Fall. Was halt viele hier nicht hatten. Aber ich finde vom Sample oder von den Melodien war es jetzt nicht so catchy oder irgendwie so besonders. Ich als Rapper fand es ein bisschen monoton. Ja, genau. Aber er hat doch zwei von den Dingern produziert von den Singles, die wir schon gehört haben. Übernahme und welches? No, no, no? Ähm, genau. Ja, die waren beide super. Super produziert. Stimmt. Ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Und diese J.R. Übernahme. Den hat er auch produziert. Also die Beats sind sogar noch besser als die, die er präsentiert hat, finde ich. So, jetzt kommen wir zu Ringo Slice. Der hat in Stuttgart das Rennen für sich entschieden. Ähm, ist auch jemand, der vielleicht noch nicht vom Beat-Bauen, Produzieren leben kann, aber der schon für Größen wie PA Sports oder so produziert hat. Hat in Stuttgart verdient das Ding mitgenommen. Und ja, lasst mal reinhören. Also, ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Ja, Mann. Feierlich. Cool. Für mich bis jetzt der Beste, wo es ist. Wollte ich nur sagen. Gänze auf jeden Fall noch besser als davor und davor. Ja, ja. Der eine Bied war ein Brett. Was hat er produziert für Singles? Jetzt von den neuen Singles? Er hat Lupada produziert. Oh, ganz klar. Was, 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 was? Der hat Lupada produziert. Der hat Lupada produziert. Und der hat Michael und Iggy produziert. Michael und Iggy, das waren welche? Das waren die erste Crew, die wir gesehen haben. Die Hamburger Jungs. Wo ich meine, die waren krass live, aber die haben nicht so. Ähm, Gallius und Mecklin. Werden die produziert? Die haben Home produziert. Ähm, Moment. Die haben selber produziert auch. Das waren die mit deinem? Die haben selber selber produziert? Fiege Jungs. Selber selber? Die zwei Jungs. Selber selber? Selber selber? Selber selber? Selber selber? Selber selber? Aber falsch. Alright. Das war ein Real Talk, ja? Ganz ehrlich? Ähm, Moment? Wir haben noch mehr im Spiel. Wir haben jetzt noch eine neue Anzahl. Wie viele müssen wir von denen ausfielen, wenn ich fragen darf? Gar keinen. Wir sind schon im Albtraum. Ah, alles klar. Ringo für mich bester Mann. Ringo? Geht doch noch weiter, ja? Wir müssen noch, ähm, Ähm, Arti hat Hamburg gewonnen. Den gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Und war im Video bei Serkan mit drin. Du warst die ganze Zeit rum und hat da alles reingeschüßt. Hat dich hart genervt. Damit ihr das nicht vergisst, meine Herrschaften. Der war wie Peer Diddy so. Im Video so. Bis zum nächsten Mal. Ne, hat er verdient, äh, gewonnen. Das war Arti! Meiner Meinung nach, aber ihr habt ihn ja sowieso schon gekürt. Was sagt ihr, was sagst du zu dem jungen Arti? Wie geht's für die Produzenten jetzt noch mal weiter? Hä? Wie geht's jetzt für die Produzenten weiter? Die produzieren halt die Gewinner, ne? Haben die jetzt auch ein Online-Voting? Die haben jetzt auch ein Online-Voting wieder, genau. Ist bei dem ganz interessant, weil die Kurve so geht. Ja. Der hat gute Dinge, aber manchmal so... Ich weiß noch, ich war da echt geflasht. Melodien hast du gesagt, stimmt voll. Der benutzt schöne Melodien, das war da super. Du hast aber auch recht mit, irgendwann wird's zu monoton. Dann war der erste Nummer, wo er da ein Video mit rumtänzelt. So, alter Schwede. Ja. So, nicht auf deinem Statusdeckel. Ja, ja, gar nicht. Rauchst du aus dem Video und dann konzentrierst du dich auf Beats machen. Und dann haut da bei OJ Locke auf einmal einen raus, der... Wie der knallt so. Der knallt. Aber auch von ihm? Ja. Ja, krass. Oh shit, oh shit, oh shit. War von ihm? Ne, Porsche von der Mera. Ah, okay. Ja, das war ja dann auf die Nummer folgend dann, ne? Ja, er ist wieder Ringo rum. Als anderer auch. An dem Abend waren zwei Filos der Beste. Aber nach dem, was ich gehört hab, so, um das kurz zu halten... Aber Porsche von der Mera, Dicker. Ist für mich Ringo der Beste. Aber, ähm, wenn wir die Beats von dem... Ja, die Beats mit den Rappern ziehen wir doch gar nicht mit ein. Wir nehmen doch hier die Beats, die sie abgegeben haben, oder? Ja. Weil andere haben zum Beispiel... Ja, wir entscheiden jetzt eh nichts. Aber guck mal, andere haben ja nicht, andere haben ja nicht jetzt mit Rappern deine Arbeit. Ne, aber du musst ja schon das Gesamt... Weil du hast ja alle gesehen und das werden ja auch alle anderen mitkriegen. Also gibt's Gesamtquote. Aber ich glaube, ich bin eher für Ringo. Tut mir leid, Alter. Ne, alles gut. Was sagt ihr? Von allen Produzenten, die wir gehört haben... Ringo ist von, äh, aus Hamburg, der, ne? Weiß ich nicht. Aus Köln. Aus Köln. Der Gewinner aus Köln. Der Gewinner aus Köln. Ringo Slash! Nein, nein, das ist der Stuttgart-Gewinner. Ringo ist Stuttgart-Gewinner. Stuttgart, sorry. Ja, ja, ja. Der war am besten. Also das ist zwischen Ringo und der aus Köln. Issa. Der, äh... Issa heißt der. YSA. Genau. Ja, also ich fand die Diskussion auf jeden Fall interessant mit euch so. Auch grad, weil da so ein paar Differenzen auch waren, wo man gut sich reiben konnte. Mhm. Und zu den Kandidaten, das war halt, ähm, sehr viel, wo man sich auch abmühen musste, bisschen so auch was zu finden, was man auch feiert. Aber am Ende des Tages sind trotzdem, grad haben wir die in jeder Kategorie mindestens einen gehabt, wo man sagen kann, ey, der kann was werden. Aber, ähm, da muss halt noch was passieren, so. Ich find halt ganz interessant, dass im Vergleich zu den letzten Jahren, zumindest jetzt, also näher dran als 2018, ich das Gefühl habe, dass wir, was die Qualität angeht, eine größere Vielfalt hätten als vielleicht noch in den letzten Malen. Und, ähm, da war immer so irgendwas dabei, was man mal mit Potenzial gesehen hat, aber dann hat sich so ein bisschen, also hat sich vielleicht nicht durchsetzen können. Und wir haben eigentlich so in allem so ganz unterschiedliche Dinge, so, die alle aber so auf ganz gutem Niveau sich bewegen. Das mag ich. Was man vielleicht auch sagen muss, so, das ist jetzt aber ein bisschen oberflächlich. Ich fand, da war keiner mit einem geilen Namen dabei. Ich fand, die Namen sind immer so ein bisschen... Ja, ich sehe, was du meinst, dachte ich mir auch zwischendurch. Andererseits, Namen, also der Charakter oder der Künstler macht den Namen auch später. Wenn du dir jetzt zum Beispiel so anhörst, dir sagst, okay, wie nenne ich mich? Ich nenne mich The Game. Voll behindert so, voll hängengeblieben. Dicke. Oder 50 Cent. Aber der Charakter macht den Namen später, weißt du? O.G. Locke. O.G. Locke. O.G. Locke. Also der Name wächst mit dem Ding auch, weißt du? Aber so ein bisschen, zum Beispiel, wie hießen die bei den Gamer Color? Also ich kann mich an den Namen herrennen. Ja, ja, hast recht. Ne, ne, hast recht. So ein bisschen simpler, bisschen... O.G. Locke sag ich nur. Also ich fand, ich fahre mal mit etwas Positivem an. Die ganzen Diskussionen, wo wir uns hier angeschrien haben und komplett unterschiedlicher Meinung waren, wo wir gar keinen gemeinsamen Nenner finden konnten, weil es ging gar nicht um den Song, sondern es ging voll oft hier um Grundsatzdiskussionen. Was sehe ich? Was suche ich? Was sucht Nico? Das sind komplett verschiedene Sachen. Wir brauchten eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht zu diskutieren über den Song, weil es ging uns um was anderes. Das Positive daran ist, das zeigt, wie breit gefächert Hip-Hop geworden ist und durch wie viele Facetten du im Hip-Hop heutzutage Erfolg haben kannst oder gute Produkte, also gute Musik auch machen könntest. So. Das Negative daran ist, finde ich, wie gerade auch beim Streaming, dadurch, dass jeder sich jetzt hinsetzen kann und was produzieren kann, sollte man meinen eigentlich, die Qualität steigt, weil jeder, der Talent hat, hat jetzt auch die Möglichkeit, was zu machen. Was aber am Ende des Tages bei rauskommt, ist leider, jeder, der kein Talent hat, macht jetzt auch alles und das überschwemmt alles, was Talent hat. Das heißt, am Ende des Tages hast du jeden, der Musik macht und sehr viel Schrott dabei und die, die Talent haben, die jetzt die Möglichkeit haben, gehen unter in dieser Überflutung von, weißt du, ich drück's jetzt wirklich sehr drastisch aus, von Müll, die dann so überschwommen kommt. Das sind mehr andere Faktoren, die auch da reinspielen, ob man jetzt erfolgreich wird. Also sehr viele Beats, sehr oft haben wir hier gesagt so, ey, das ist nicht ausgereift oder du hast auch zwischendurch gesagt, ey, oder Nasar war das, glaube ich, wenn ein Newcomer hinkommt, klar ist der Newcomer, man muss dran fallen, aber es muss schon eine gewisse Basis haben, es muss knallen. Wir können hier nicht sagen so, ey, wo ist dein Bass? Das geht nicht, Alter, ein Bass muss ein Beat sein so, weißt du? Oder du musst auf dem Takt sein, Mann. Ich bitte dich so. Entweder du bist gar nicht auf dem Takt, aber dann hat das so seinen Swag, da musst du sehr Army-mäßig sein, da musst du wie diese Acid-Boys ein bisschen sein. Aber wenn du rappen willst, dann musst du auf dem Takt sein, du kannst dich hier nicht bewerben und dann so auf Beat rappen so. Weißt du, was ich da das Problem auch sehe? Dass viele von denen sich durch die große Chance, die sie bei dir kriegen, viel zu früh bewerben. Ja, genau. Eigentlich muss man, du kannst ja nichts machen, du kannst ja keinen verbieten. Naja, nichtsdestotrotz ist Rapdex natürlich ein Tor auch für Talent. Ja, genau. Das sehen wir ja an den Resultaten dieses Jahres. Aber deswegen arbeite ich mich auch nicht mehr durch 800 Beats, sondern freue mich auf deine Auswahl. Ja, aber die Erfahrung, die ich mitnehme, weil ich in Köln mit dabei sein durfte und jetzt hier, ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, die viel, viel krasser sind, so, die auf jeden Fall einen Level haben, der schon viel höher ist, als das, was hier angeboten wurde, überwiegend. Also es gab natürlich auch gute. Nur die Leute unterschätzen vielleicht die Chance, die die haben, in so einem Wettbewerb mitzumachen. Die glauben nicht dran. Die denken, ach, es ist sowieso alles, ja, ja, klar, dann kriegst du einen Plattenvertrag, ja, ja, klar. Das heißt, die Leute, die wirklich entweder mehr Talent haben oder länger gearbeitet haben, die kommen erst gar nicht, weil die das unterschätzen. Und ich hätte das, ehrlich gesagt, auch vorher, hätte ich gesagt, ja, klar. Oder sich selbst unterschätzen. Oder so. Aber jetzt, wo ich das auch mitbekommen habe, dass wir wirklich ehrliche Meinungen geben, dass wir wirklich uns auch Mühe geben, objektiv und wirklich die Leute, dass wir wirklich zuhören. Guck mal, wir sitzen hier fünf Stunden und hören Beats an, Raps an, wir gucken uns Videos an. Das heißt, jetzt kann, jetzt weiß ich für mich, dass das wirklich, dass die Leute sich wirklich Mühe geben und dass man seriös an der Sache rangeht. Und ich würde einfach jeden da draußen einfach noch mitteilen, dass die Leute, wenn, die Leute, die meinen, die krass sind und die vielleicht aus irgendwelchen Städten kommen, wo die keine Plattformen haben, außer dass die selber irgendwie Videos auf YouTube hochladen, dass die nächstes Jahr auf jeden Fall mitmachen sollen. Ja, also wir haben ja über das Jahr jetzt, über die Jahre, aber gerade in diesem Jahr, das hängt auch mit der neuen Struktur ab, wie wir vorgehen, in die Städte zu gehen und so weiter. Das war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Wir haben in diesem Jahr wirklich von Vorrunde eins bis jetzt hier Einsendung, offene Runde, stets Qualitätssprünge gemacht. Das sieht man auch in den Singles oder Video-Singles, die wir veröffentlicht haben. Auf jeden Fall. Das werden wir im nächsten Jahr nochmal weiter ausbauen. Ich finde die Idee großartig, ich weiß nicht mehr, wer sie hatte, aber die mit den Mentoren-Sachen. Dass man Leute ein bisschen mehr begleitet. Weil ich mir richtig vorstellen kann, dass ich im Herzblut Milo hier bei dem einen oder anderen Künstler quasi was gesehen hat. Weil man es wirklich versucht, es ist schon mal ein Vorschlag für das nächste Jahr, quasi Teams zusammenzustellen, irgendwie die die Möglichkeit geben, Künstler danach wirklich zu betreuen. Da kam von mir nur die Idee, im Studio mitzugehen und so weiter. Also das, was wir eh machen, aber dann nochmal, also wir haben Produzenten da ... Noch konkreter. Wir teilen die richtig auf, ja. Genau wie Nico sagt, noch konkreter. Wir teilen die auf. Richtig, richtig. Wir haben zehn Leute beispielhaft jetzt. Was auch immer. Jetzt muss man mal überlegen, wie man es umsetzen kann. Zwei, 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 zwei. Haut rein, Jungs. Weißt du, aber ich glaube, das ist nochmal, weil am Ende des Tages vielleicht auch der persönliche Austausch mit den Künstlern so der nächste Schritt wäre. Nochmal zu hören, wo will der eigentlich hin? Versteht der, was ich da sehe? Und verstehe ich überhaupt ihn richtig? Oder ist es auch manchmal hart und unfair? Und das mache ich ja auch die ganze Zeit, wenn wir mal Instagram Leute schreiben und ich dann da mal zukomme, was anzuhören, denen innerhalb von gefühlten zwei Minuten zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter, was sie von mir haben wollen. Und das ist ja eigentlich immer hart. Es geht aber manchmal nicht anders. Und dein Contest hier, der gibt halt theoretisch, wenn man ein bisschen weiterdenkt, die Möglichkeit, dass man richtig mentormäßig mitwirken kann. Auch, dass man richtig Output hat, Digga. Weißt du, was ich meine? Ich finde die Idee echt gut. Ja, dankeschön. Mein letztes Wort darf ich auch kurz einmal so. Also für mich, wenn sich das jetzt auch blöd anhört, bin ich ein bisschen unabhängig von den Toastboot-Rappern sehr, sehr enttäuscht eigentlich so. Also, ich hatte mir selbst von OG locker auch mehr vorgestellt. Es ist eine Steigerung da. Und für mich fällt alles jetzt im Finale so. Also, da muss eine krasse Steigerung von den allen kommen. Die, die das dem wirklich abräumen wollen, müssen meiner Meinung nach noch mal richtig in die Schippe rauflegen. Hört sich vielleicht assig an, hört sich hart an, aber so, das ist meine Meinung. Das kann ja motiviert sein. Genau. Ich bin der Meinung, dass viele, viele, die ich hier notiert habe, sich wirklich noch, also die, die, die haben Minimum noch 20 Prozent in sich, weißt du? Um auf 110 zu gehen. So. Und auf das bin ich gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf ein paar ganz bestimmte Kandidaten. Ich bin gespannt, was OG locker wiederum macht. Ich bin mir sicher, dass er weiterkommt. Ich bin gespannt, was... Er ist schon im Halbgenal. Wie hieß die beiden? Galius und Mecklin. Galius und Mecklin. Ich bin gespannt, was die machen. Sehr gespannt. Ja. Dann meine Jungs, dieser Abyss und, wie heißen die? 90K und Abyss. Genau. Was die machen, bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Also, da sind schon ein paar, die sich herausfiltern, wo ich mir denke, okay. Ich hatte jetzt schon fast ein bisschen Sorge, ob die Malscha, du bist jetzt halt reines Online-Voting, ne? Das ist ein Online-Voting, ja. Ob die genug... Was die Malscha macht, ne? Das würde mich auch mal richtig jungen. Ja, aber das würde mich vor allem interessieren. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die eventuell vielleicht gar nicht... Also, ich hoffe, sie kann mobilisieren, weil das muss sie ja jetzt. Dass sie überhaupt Leute findet, die sie in der nächsten Runde sehen wollen. Das würde ich nämlich sehr wichtig finden für das Gesamtbild. Also, wir hatten so eine Konstellation auch noch nie, muss man ganz ehrlich sagen. Also, einen weiblichen MC im Online-Voting hatten wir schon, ne? Aber nicht mit so einer Mucke. Dazu noch einen R'n'B-Soul-Sänger. Auch sehr gut, ja. Wann geht das Voting los? Hä? 23 Grad. Ich würde gerne Malscha, Oje, Locke und den Ray Mura auf jeden Fall nochmal Next Level sehen. Da bin ich sehr gespannt. Boah, den Ray Mura würde ich aufgrund eurer ganzen Beurteilung seines Liedes gegenüber würde ich gerne in der nächsten Runde auch mal sehen, was er macht. Bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ob ihr euch geirrt oder ich mich geirrt habe. Macht dein Schlusswort, sonst gehen die Kameras aus. Okay, danke, dass ihr hier wart. Gerne. War mir eine Freude wie immer. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles lang. Wir haben alles vorbereitet, damit es ins Online-Voting gehen kann und ins Finale am 14.12. in Berlin im Musik und Frieden. Kommt alle vorbei. Wir streamen das Ding auch live über YouTube. Haben Carlotta und ich besprochen. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Und im nächsten Jahr geht es dann natürlich nahtlos weiter. Nächstes Jahr stehen wieder neue Veränderungen an, über die wir euch dann informieren. Haut darin. Ohhhh. Haha. 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 Bye. Chatverbόσ회 어도 worse Danke. Uhhhh. Apa die Verfel... Br scans,